Was ist der Eindruck, dass das Fachwissen breiter ist? Der Eindruck, das Fachwissen ist breiter. Es setzt sich mit mehr Themen auseinandersetzen. Und man hat in mehreren Themen, selbst in Themen, die vielleicht jetzt in den Spitex nicht ganz aktuell sind, die vielleicht mehr im Kontext eines Spitals aktuell wären oder in einem Betag zu Hause, man merkt einfach, dass das Fachwissen sehr breit ist in den Themen. Wir sehen andere Wissen. Wissen, die es schwierig zu beenden, als späzifisch zu dem Service Croix-Rouge. Aber wir sehen, die Wissen, auf einem praktischen Weg, die ein bisschen größer sind. Ich compare das mit einigen Patienten, die in anderen Ländern gemacht haben, die in anderen Ländern gesehen haben, in einer anderen Formen. Bei uns in der Apotheke haben wir schon Bereiche, die tangieren mit dem RKD-Gebiet. Also ich denke jetzt an die Heimbelieferungen, das Spitex-Material. Was in diesem Bereich anbelangt, Pflasterverbandmaterial, habe ich schon den Eindruck, dass sie dort mehr Wissen hat eingebracht. Ich bin der Lehrerin, ich bin der Lehrerin. Ich bin der Lehrerin. Wir können den Weg, Untertitelung des ZDF, 2020